Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo! Ihr erinnert euch an mein letztes Video. Ich habe ganz viel Nutella gekauft. Ich habe ganz viel Nutella gegessen. Nutella, 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 Nutella. Wir werden heute unsere Garage zu einer Creperie umbauen. Weiß das Creperie? Ein Creperstand. So ein Creperstand. Creperstand. Wir werden also voll abcreppen heute. Das ist jetzt kein Spaß. Wir haben eine Firma gebucht, die gleich vorbeikommt, die unsere Garage mit uns zusammen umbaut in einen Creperstand. Das Lustige ist, es kann sein, dass der Creperstand von der Höhe nicht in die Garagen passt. Das stimmt. Es hat geläutet. Wir haben die Garage leer geräumt. Das ist eine knappe Nummer. Der Creperstand. Also aktuell. Also ich kann die ein kleines bisschen hochdrücken. Oh wei, oh wei. Ich kann es kaum glauben, aber der Creperstand hat in unsere Garage reingepasst. Seid ihr bereit für eine kleine Room-Garagentour? Wir haben hier zwei Tische mit Stühlen. Geil. Das ist unnötig, dass ich es sage, weil man sieht es ja. Aber dann haben wir diesen Creperstand hier drin, der eigentlich von der Höhe her gar nicht reinpassen kann. Aber? Da haben wir praktisch gegen die Physik gewirkt. Hier kommt später Nutella rein. Das ist doch der Nutella-Stand. Hier kommt Nutella rein. Da ist ein Nutella-Baum. Da ist ein Nutella. Guck mal, was wir hier haben. Kannst du mal hier ins Fenster rein? Das sieht man nicht? Ja. Da ist kein Wasser angeschlossen, Jula. Du musst wieder zudrehen. Es ist doch zugedreht. Ah, okay. Wie soll es sich auch zu vibrieren? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hast du die Hydraulik jetzt kaputt gemacht. Hier ist ein Knopf. Soll ich hier mal drücken? Ich drücke den jetzt. Es ist immer noch unsere Garage hier, ne? Wir haben jetzt hier Licht. Wir haben hier einen Creperstand. Wir machen jetzt gleich so... So Mona, kommen Sie nach vorn. Stellen Sie sich hin. Öffnen Sie die Augen. Boah, ist das fett. Geil, oder? Geil. Hallo, ich würde gerne einen Creper kaufen. Wir haben leider noch keinen Creper. Ich habe sogar mein Creperverkäufer-Outfit an. Stimmt, die Mona sieht aus wie eine Creperverkäuferin. Du kannst ja schon mal die Preisliste studieren. Ah ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir fixieren uns heute auf Nutella. Er füllt sich. Er füllt sich. Das Ding füllt sich. Au, 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 au. Ein Fass ist geplatzt. Mach auf. Ratsching. Ja, Mann. Ja, soll ich, soll ich, Bamm? Aaaaaah. Also verdammt geil, würde ich sagen. Ich habe sowas von Bock. Julian, wir brauchen eigentlich erst mal Teig. Oh, das ist sowas von cool. Jetzt wird der Teig gemacht. Ach, wir brauchen hier ein. Ah, alles ist kaputt gegangen jetzt. Ja, aber hier fehlt jetzt das Ei, das wir in den Teig haben. Das sauge ich gleich auf und spuck das da rein. In den Teig kommen Marshmallows. Heute wird es Special Zucker Edition. Ach, warte. Oh, Julian, jetzt kommen wir auch mit dem Schweiß hier. So, was kommt da rein? Vier Eier. Vier Eier. Das heißt nur noch drei. Ich will umrühren, ich will umrühren, ich will umrühren. Nee, 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 nee. Kann man das essen? Brauchen wir Vanillezucker oder so vielleicht? Oh, nee, hier steht nichts davon. Das kotzt mich an. Ich will jetzt einfach ein Crepe essen. So, 300. Umrühren. Oh, Juli. Oh, Juli. Fürst drei. Ja, natürlich. Also ich hatte keine andere. Aber ich werde hier gleich dieses Schild beschriften. Und werde mal hinschreiben, was heute abgeht. Und vor allem, dass es heute richtig teuer wird. Machen wir gut den Preis. Machen wir 110 Euro. Ich will jetzt ein Crepe. Pipi, 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 da kommt der Postbote. Ich bin auch nicht weit hier. Biete dem Crepe an. Ich will nicht, ich will nicht. Ich sage, der soll sich hier hinsetzen und dann soll der ein Crepe essen. Was mache ich denn? Der kommt nur einmal am Tag. Da kommt er. Hallo. Ich hätte Ihnen gerne ein Crepe angeboten, aber leider ist es noch nicht heiß. Nein, danke. Nicht gemeint, aber bin ich gut. Ja, ne? Dann schönen Tag. Vielleicht nächstes Mal. Danke, tschüss. Na. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Bitte wenden. Noch nicht. Noch nicht. Aber es wird. Ich sage dir, das wird was. Wow, wow, wow. Ist zerrissen. Kaputt gegangen. Was kostet denn hier? Crepe mit Nutella. 3,50. Aber kriege ich Rabatt, weil der ein bisschen hässlich ist? Weil es der erste ist, kriegst du 50 Cent Rabatt. Haben wir auch so eine Crepe-Schale, wo wir es reinlegen können? Ja. Nein. Ja. Geil. Hier. Ein kleiner Mini-Crepe. Aber tada, der sieht so wunderschön aus. Also mega geil. Ich bin sehr gespannt. Das ist aber Wucher in meinen Augen. Bitte. Dann wollen wir mal probieren. Ist das lecker? Ich muss mir auch einen machen. Halt die Kamera fest. Nein. Warte doch. Weißt du, was dir fehlt? Nein. Du bist ein Cooler-Zucker oben drauf. Ja, mache ich jetzt. Ich mache noch einen. Willst du auch noch einen? Was ist das hier eigentlich? Kann man das auch machen? Nein. Ich habe ein Fach gefunden. Bist du ready? Getränke. Hier sind Getränke drin. Ich habe Getränke gefunden, Bianca. Nein. Fanta ist das geil. Die sind gekühlt. Die sind gekühlt. Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. Mega-Fetthammer-Affen-Geil. Oh Mann, Gott. Dieses Zimtzuckerzeug oben drauf, das macht es aus. Warte mal. Du hast kein Geld für deinen Crepe gezahlt. Du kannst doch nicht hier einen Gratis-Crepe essen. Aber ich habe ihn doch gemacht. Ja und? Ich habe den Wagen hier gemietet. So nicht, meine Liebe. So Leute, wir rufen jetzt eine Freundin von der Bibi an. Das ist der größte Crepe-Fan aus der ganzen Nation. Die kann aber heute nicht kommen. Hallo. Alter, was ist das? Ist das ein Eiskaffee? Wir haben einen Crepe-Stall. Einen Crepe-Stall? Einen ganzen Crepe-Stall. Hier siehst du. Du kannst nicht kommen. Hier könnte jetzt dein Crepe gemacht werden. Guck mal bitte. Ist das in der Garage bei euch? Ja, unsere komplette Garage ist voll. Ich sage einfach meinem Chef ab, das Meeting, dass ich etwas Wichtigeres zu tun habe. Ja, mir egal. Oder du nimmst deinen Chef einfach mit. Wo ist das? Das geht jetzt zum Schieben. Da. Oh wow. Das wird ja richtig scheiße. Leute, schreibt in die Kommentare, wer hat es beim ersten Mal besser? Also Bibi. Entschuldigung. Mein Ding war am Anfang nicht heiß. Deswegen ist der kleben gebliebene Teil. Ja, okay, du hast recht. Du hast gewonnen. Zieht ihn euch rein. Der Actionman. Das ist sowas von schön geworden. Eine Prise Liebe noch. Danke. So, den Grill ausmachen. Wow. Wow. Kann man hier ein Crepe kaufen? Ja. Zufällig. Da haben wir unser Angebot draufstehen. Ist auch das Einzige, was wir im Angebot haben. Also, dann würde ich mir... Dann muss ich gerade mal überlegen. Nutella Crepe bestellen. Ja, okay. Geil. Als hättest du noch nie was anderes gemacht. Ein Läckerchen. Der Nächste bitte. Tschüss. Das war's an Kundschaft, Bianca. Schmeck it? Geil. Ich habe zu uns eine positive Wertung. Ich kreie eine fünf-ferne Rezession. Geil. Er ist gut von mir. Lio, bist du bereit für die krasseste Überraschung aller Zeiten? Hallo, mein Schatz. Geh mal zur Mama. Bibi hat dem Lio extra noch einen zuckerfreien Crepe-Teig zubereitet. Guck mal, Lio, die Mama dreht das jetzt. Wow. Cool, oder? So, und jetzt machen wir ein bisschen von deiner Fruchttüte, die du so gern kriegst, als Belag da drauf. Was hältst du davon? Ja? Okay. Sieht das nicht köstlich aus? Und fertig ist der Kinder-Crepe. Boah. Und weißt du, was die Mami schon überraschend hat? Ja. Wir haben Pepper Wurst. Ja, eine Sekunde. Der Kunde vor Ihnen wird gerade bedient. Gibst du das der Mami? Oh, das ist lieb von dir, dass du das sogar offiziell kaufst. Du hast sogar 50 Cent Rabatt bekommen. So, bitte, der ist aber noch ein bisschen heiß. Müssen wir noch pusten, okay? Haben wir neue Kunden da? Jetzt habe ich leider nicht eure Reaktionen drauf. Boah, geil. Wir haben heute ein Angebot. Nur eine Sache, Mann. Ach so. Die Crêpes sind wirklich außerordentlich gut. Ich habe schon drei Stück gegessen. Geil, ey. Mach dem Philipp mal ein bisschen mehr Nutella drauf. Mach da mal ein bisschen mehr jetzt. Geiz doch gar nicht. Hier, halten wir die Kamera. Ich will mehr Nutella für den Philipp. Ja, endlich. Ich hasse diese geizigen Crêpes-Verkäfer. Die wirklich einfach immer nur geizig sind. Boah, das ist krank, was du da für Nutella reingeklatscht hast. So, den will ich. Drei Euro. Boah, das ist krank. Drei Euro. Aber warte, bis jetzt hat noch keiner bezahlt. Ich zahle, warte. Komm, ich zahle. Wir wollen heute für 50 Euro Crêpes. Bitte zum Mitnehmen. Okay, alles klar. Rio, wie schmeckt es dir? Ist lecker? Ja. Boah, das freut mich. Jetzt will sie sich hier großzügig zeigen. Endlich jetzt mal so, wie man es erwartet, wenn man in der Stadt Crêpes steht. So hätte man es gerne. Das ist die Vorstellung. Oh nein, jetzt klappt das Ding zusammen hier. Also dieser Crêpes, der wiegt vermutlich ein Kino. Ich hätte gerne nicht so viel Nutella. Boah, das ist krank. Das ist wirklich pervers. Macht es dir Spaß? Das macht mir, das ist, ich sage es nur, ich habe meine Leidenschaft entdeckt. Janka, habt ihr den Teig gekauft oder haben wir selber gemacht? Nein, den haben wir selber gemacht. Boah, jetzt läuft es. Der Crêpes-Stand ist gefüllt. So, jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal. Sieht schon ziemlich nice aus. Ja, so langsam hat man es drauf. Wir werden besser, ja. Mein letzter ist auch, boah, geil. Der sieht richtig gut aus. Ja. Noch mehr. Ja. So, wie ihr seht, unser Teig ist leer. Wir haben leider nichts mehr da. Alles wurde aufgegessen. Wir haben es tatsächlich geschafft, einen halben Topf Nutella zu leeren. Wie viel ist denn da drin? 1,35 Kilo. Also wir haben wirklich deutlich über ein halbes Kilo Nutella hier verdrückt. Ja, ich muss jetzt hier leider das Video beenden, weil der gute Crêpes-Mann in einer halben Stunde schon seinen Crêpes-Stand wieder haben möchte. Der ist ja gerade in Verwendung, ja. Ihr werdet den mit Sicherheit, wenn ihr aus Köln kommt, irgendwo mal in der Stadt sehen. Ich werde jetzt hier die ganzen Nutella-Fässer wieder rausräumen. Die werden wir natürlich behalten. Dann würde ich sagen, schaltet gerne mal jetzt in Bibis Video vorbei und in unserem neuen Podcast. Den verlinke ich euch in den ersten Link der Informationsbox. Ansonsten habt eine gute, wunderbare Zeit. Gebt einen Daumen nach oben. Wo ist der? Hat es euch geschmeckt? Mega geil. Ja. Sehr geil. Tschüss.